ABG Maker, Streaming Woche, yay! Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF ziemlich doof, ähm, DonF 204, und ich möchte eine Streaming Woche machen. Ich möchte mindestens 5 Tage diese nächste Woche streamen. Von Montag bis einschließlich Freitag, eventuell werde ich auch Samstag noch einen Stream einlegen, das überlege ich mir noch. Auf jeden Fall streamen wir 5 Tage. Und da werde ich sehr, sehr, sehr viel streamen. Wir werden nachmittags streamen und wir werden abends streamen. Mit einer kleinen Pause zwischendurch. Das heißt, ungefähr 8, 10 Stunden circa am Tag streame ich. Jeden Tag. Für euch. Ich habe Urlaub die Woche und nutze die Zeit für euch. Warum mache ich das? Als kleines Dankeschön an euch. Ihr habt letztes Jahr die kleine Herausforderung bekommen, dass ich 2020 Abonnenten im Jahr 2020 schaffen möchte. Und ihr mir dabei helfen sollt, indem ihr mich abonniert. Und ihr habt es getan. Wir haben es geschafft. Wir haben sogar noch drüber hinaus ein paar Abonnenten geschafft. Ähm, ich glaube, waren es nicht 60, also 2060 Abonnenten, äh, 2070 Abonnenten oder so. Ich weiß es nicht. Und dann waren wir jetzt 200 Abonnenten, circa mehr. Ähm, auch schön. Willkommen an die 200 Abonnenten, die noch dazugekommen sind jetzt im letzten halben Jahr. Aber auf jeden Fall, ähm, möchte ich euch dafür danken. Und ihr bekommt dafür Abonnenten-Maker-Streams. On mass. Eine Woche lang. Was bekommt ihr an Streams? Das ist ja auch entscheidend. Ich werde Abonnenten-Maker-Spieler aus der Community spielen. Schickt mir alles, was ihr habt. Und wenn nicht, suche ich mir einfach ein bisschen was raus im Internet. Ich bin ja sicherlich was. Ähm, zweitens werde ich mit euch zusammen Live-Tutorials machen. Ich habe zum Beispiel im Community-Tab ein Tutorial angekündigt. Und das, ähm, habe ich soweit vorbereitet. Und werde es dann live machen. Dann könnt ihr Fragen stellen. Und diese werde ich dann live beantworten. Insofern irgendwelche Unklarheiten entstehen. Aber ansonsten werde ich das Tutorial einfach ganz normal straight live durchziehen. Ähm, bis Fragen aufkommen. Gut. Dann, ähm, werde ich, wie gesagt, Live-Tutorials machen. Ich werde machen. Wir werden machen, äh, Plug-in-Skripting. Da hatte ich ja angefangen mit Tutorials mal irgendwann vor meinem Schulterbruch. Da. Genau, das war vor sechs Monaten, vor einem halben Jahr. Wecklich. Ähm. Und es kam relativ gut an. 400 Aufrufe, sehe ich gerade. Mensch, geil. Aber ich hatte dann durch meinen Schulterbruch aufgehört und möchte jetzt wieder mit Scripting anfangen. Wir werden gemeinsam ein komplettes Plug-in schreiben. In dieser Woche. Das wird in dieser Woche fertig geschrieben. Schaut euch, ähm, vielleicht mal das Video hier an. Ähm, Link in der Videobeschreibung. Rechts oben in der Infobox müsste es an dieser Stelle jetzt aufploppen. Schaut euch das Video hier einfach mal an. Ähm, RPG Maker, MZ und MV JavaScript Tutorial 0.1. Ähm, und wenn ihr das gesehen habt, seid ihr auf jeden Fall vorbereitet. Ähm, warum sehe ich da gerade Shepard? Ja, danke. So. Und dann seid ihr auf jeden Fall vorbereitet und wir können direkt durchstarten. Alle gemeinsam ein Tutorial, äh, ein Plug-in schreiben. Und dadurch lernt ihr, wie schreibt man ein Plug-in. Ich werde komplett alles von Null an mit euch zusammen machen. Die komplette Planungsphase. Also, was habe ich genau vor? Ähm, und wie setze ich das Ganze dann um? Also, von Planung bis zum fertigen Plug-in ist alles dabei. Ich habe jetzt bis jetzt nur die Idee, was ich machen will. Wie ich es umsetze, weiß ich selber noch nicht. Und das machen wir alles gemeinsam live. Und ich denke mal, das ist für euch die beste Variante, ähm, von Null bis zum fertigen Produkt dabei zu sein. Und selber dann später in Zukunft eigene Plug-ins schreiben zu können. Das werden wir machen. Also, ich spiele eure Spiele. Wir machen ein, äh, einige Live-Tutorials. Wir machen, ähm, ein Live-Plug-in werden wir zusammen schreiben. Und, ähm, wir werden auch noch, wir werden auch noch an dem Farming-Plug-in weiterschreiben. Da habe ich auch so vier bis fünf Stunden, immer so, oder hier sogar fünfeinhalb Stunden gestreamt. Schreibt euch vor, ähm, ich mache zwei solche Streams. Das werden zehn Stunden an einem Tag an dem Plug-in gearbeitet. Mega geil. Ähm, ich denke, da kann man einiges schaffen. Ähm, ja, und das habe ich soweit vor. Wenn ihr noch andere Ideen habt, was ich in dieser Woche streamen könnte, oder vielleicht Spiele habt, die ich spielen können sollte, was auch immer, einfach in die Kommentare schreiben. Schreibt in die Kommentare, was wollt ihr sehen? Es sind eure Streams. Ich mache sie für euch. Nicht für mich. Ich mache sie für euch. Und ich hoffe, ihr seht das auch so, dass ich die Streams für euch mache. Ihr schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr irgendwo drauf Bock habt. Keine Ahnung, ihr wollt ein bestimmtes RPG-Maker-Spiel, das ich spiele. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt rein, ich möchte das Spiel. Möchte ich, dass du das spielst. Und dann mache ich das vielleicht sogar. Also ich lese mir die Kommentare alle durch. Alle. Die hier drunter geschrieben werden. Und ich mache, ähm, dann, im Grunde gehe ich auch ein bisschen auf euch ein. Ich gucke auch Tutorial-Wünsche. Mache ich halt ein Live-Tutorial draus. Schreibt Tutorial-Wünsche einfach hier in die Kommentare. Einfach reinschreiben. Was wollt ihr haben? Schreibt es rein. Ich hoffe, ihr habt ein paar Ideen. Und dann mache ich das. Und wir streamen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Uhrzeiten stehen nicht ganz fest. Ich denke mal, ich werde immer so 14, 15 Uhr anfangen. Und dann bis 18, 19 Uhr machen. Dann eine kleine Pause bis so 20, 21 Uhr rum. Und dann nochmal komplett durch streamen bis früh um 1 oder so. Ähm, also ich werde zweimal am Tag streamen. Circa 4, 5 Stunden immer am Stück. Mit einer kleinen Pause dazwischen. Ich denke mal, da kann man einiges schaffen. Und mal schauen. Ich habe Bock. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock. Eine Woche lang widme ich komplett euch. Eine Woche Urlaub. Komplett nur für euch. Und ich hoffe, das ist dann genug für die 2020 Abonnenten, die ihr geknackt habt. Nächste Challenge sind dieses Jahr. 2.600 Abonnenten. Also jetzt nochmal 320 Abonnenten drauf. Wenn ihr das schafft, kriegt ihr nächstes Jahr auch wieder was Cooles. Dann denke ich mir was aus. Vielleicht nochmal eine Streaming Week. Oder vielleicht noch krasser. Vielleicht denke ich mir noch was krasseres aus. 2.600 Abonnenten dieses Jahr noch. Bis zum 31. Dezember 2021 möchte ich 2.600 Abonnenten schaffen. Ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Mit eurer Hilfe, eventuell. Ihr habt sicherlich Freunde. Wer nicht, teilt mal ein paar von meinen Videos. Und ich danke auf jeden Fall für alles, für den ganzen Support. Und ich sehe auch, meine RPG Maker Videos sind ja wirklich beliebt. Hier, das Video hat hier innerhalb von 11 Monaten, das ist nicht mal ein ganzes Jahr, hat 7000 Aufrufe bekommen. Alter Schwede, hätte ich nie erwartet. Hätte ich nie, nie im Leben nicht hätte ich das erwartet. Wenn ich gucke hier, das RPG Maker MV Video hat 8000 Aufrufe in 2 Jahren geschafft. Da wird das hier über 10.000 Aufrufe haben in 2 Jahren. Das ist krass. Das hätte ich mir im Leben nicht träumen lassen. Wirklich, großes Dankeschön an euch. Ein ganz großes Dankeschön. Wirklich jetzt. Also, ich habe euch mega lieb und danke, 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 danke. Und dafür bekommt ihr jetzt was. Die RPG Maker Streaming Woche. Ab morgen. Tschüssli. 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 Tschüssli.